Ich kann den Bolenta schon nimmer sehen. Den dritten Tag in Folge gibt es den gleichen Frass schon wieder. Ich habe nimmer die Lust für mich allein zum Kochen. Bolenta sollte bei einer bedarfsdeckenden Ernährung nicht täglich die einzige Komponente einer Mahlzeit sein. Besonders ältere Erwachsene ernähren sich oft sehr einseitig, weshalb sie gefährdet sind, in einen Nährstoffmangel zu gleiten. Bei der Zusammenstellung einer Mahlzeit ist sinnvollerweise darauf zu achten, dass sie aus mehreren Grundkomponenten besteht. Dadurch ist die Umsetzung der lebensmittelbasierten Empfehlungen für den Nährstoffzufuhr leichter möglich. Jede Mahlzeit besteht im Idealfall aus drei Lebensmittelgruppen, wie anhand unseres Beispiels dargestellt. Die erste Gruppe besteht aus stärkereichen Lebensmitteln. Anhand unseres Beispiels ersichtlich wird Bolenta eingesetzt. Weitere Lebensmittel mit einem hohen Stärkegehalt wären Brot, Getreideflocken, Erdäpfeln, Teigwaren, Nockerl oder Knödeln. Die zweite Gruppe beinhaltet die eiweißreichen Lebensmittel. In unserem Beispiel die Lachsforelle. Weitere Beispiele wären Milchprodukte, Ei, Fleisch und Fisch. Auch Teigwaren aus Hülsenfrüchten sind eine ausgezeichnete Proteinquelle und können somit gut in eine bedarfsdeckende Ernährung eingebaut werden. Brokkoli und Karotten zählen zu Lebensmitteln mit einer hohen Dichte an Mineralstoffen und Vitaminen, welche zu den Mikronährstoffen gehören. Dazu zählen Obst, Gemüse sowie Salate. In diesem Video konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Gruppe 2 und Gruppe 3 des Tellermodells. Spezifisch auf eiweißreiche und kalziumreiche Lebensmittel. Protein, um die Muskeln zu erhalten und Kalzium für die Knochenfestigkeit. Konzentrieren wir uns nun auf das Protein. Herzlich Willkommen bei uns im Studio. Mein Name ist Anna Mitterbacher und ich darf unseren Experten, Herrn Dominik Birker, bei uns begrüßen. Er ist Experte für die Ernährung im Alter ab 65 und wird uns heute Erläuterungen zum Thema Proteine und Kalzium bringen. Schönen guten Tag und danke für die Einladung. Herr Birker, können Sie uns erklären, warum der menschliche Körper Proteine benötigt? Durch eine ausreichende Versorgung an Protein ist der Körper in der Lage, aus den Aminosäuren körpereigenes Protein zu bilden. Aminosäuren dienen als Vorstufe für die Bildung von beispielsweise Histamin und Serotonin. Protein trägt außerdem zur Energiebereitstellung bei. Das klingt aber sehr interessant. Wie viel Protein benötigen ältere Menschen und ändert sich das im Verlauf des Lebens? Die Referenzwerte dienen als Orientierungshilfe. Die Ermittlung erfolgt anhand Stickstoffbilanzstudien und Ergebnisse aus Muskelproteinsynthese. Bisherige Studien haben keine signifikanten Ergebnisse erzielt. Somit wurde bei gesunden älteren Erwachsenen ein Schätzwert von 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag angenommen. Laut österreichischem Ernährungsbericht 2012 weisen ältere gesunde Frauen ein durchschnittliches Körpergewicht von 74,2 und gesunde ältere Männer ein Körpergewicht von 80,7 Kilo auf. Dies ergibt eine tägliche Proteinaufnahme von 80,7 Gramm bei Männern und 74 Gramm bei Frauen. Danke für diese ausführliche Beschreibung, Herr Birker. Könnten Sie uns noch erklären, durch welche Lebensmittel der Eiweißbedarf gedeckt werden kann? Es gibt sowohl tierische als auch pflanzliche Proteinquellen. Tierische Proteinquellen wären zum Beispiel Milch und Milchprodukte, Eier, Rindfleisch und Butenfleisch. Zu den pflanzlichen Proteinquellen zählen zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen und Sojabohnen, sowie Champignons und Brokkoli. Hülsenfrüchte sind ausgezeichnete Proteinquellen. Sie erhöhen das Sättigungsgefühl und führen zu einem mäßigen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Dazu zählen neben Kichererbsen, Linsen und Bohnen die in der Steiermark beheimatete Käferbohne. Auch Teigwaren aus Hülsenfrüchten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Mit einem beinahe doppelt so hohen Anteil an Proteinen im Vergleich zu Hartweizenprodukten sind sie auch besonders gute Proteinquellen. Beim Verzehr von Hülsenfrüchten ist es außerdem wichtig, genügend Wasser zu trinken. Aber unter einem Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht kann ich mir jetzt nicht viel vorstellen. Könnten Sie praktische Beispiele bringen? Natürlich nehmen wir eine fiktive Person mit 65 Jahren und einen Körpergewicht von 85 Kilogramm. Der Tagesbedarf an Protein beträgt somit 85 Gramm pro Tag. Zur Bedarfsdeckung haben wir für Sie einen Tagesspeiseplan erstellt. Danke für diese Inspiration, Herr Birka. Mir ist zu Ohren gekommen, dass neben Protein auch Kalzium eine wichtige Rolle im Alter spielt. Schauen wir uns dazu noch einmal das Della-Modell an. Bei unserem Teller-Modell finden wir Kalzium vorwiegend in den Gemüsekomponenten. Kalzium ist jedoch nicht nur in Gemüse enthalten. Außerdem finden wir diesen Mikronährstoff in Milchprodukten wie Joghurt und Buttermilch. Wir haben jetzt gehört, dass Kalzium in vielen Lebensmitteln enthalten ist. Aber warum ist Kalzium für den Menschen so wichtig? Kalzium übernimmt in unserem Körper viele wichtige Aufgaben. Es stärkt das Skelett, das Knochengewebe und die Zähne. Weiters spielt Kalzium als Signalübermittler innerhalb der Zellen eine wichtige Rolle. Nun haben wir einiges über die Bedeutung von Kalzium gehört. Aber wie sieht es mit den Referenzwerten für ältere Personen aus? Der Kalziumbedarf für Erwachsene liegt bei 1000 Milligramm pro Tag. Dies gilt auch für ältere Erwachsene. Können Sie uns auch hier konkrete Lebensmittelbeispiele zur Bedarfsdeckung nennen? Der Bedarf von 1000 Milligramm kann mithilfe von einem Viertelliter Milch, drei Scheiben Emmentaler oder zwei Scheiben Gouda gedeckt werden. Jedoch gibt es einige Faktoren, die die Kalziumaufnahme hemmen können. Herr Birka, was wären Beispiele für hemmende Faktoren? Das wären zum Beispiel ein Mangel an Vitamin D, Oxalsäure, Phytinsäure oder bestimmte Medikamente. Das ist ja interessant zu wissen. Somit hätten wir auch geklärt, warum es nicht sinnvoll ist, jeden Tag Polenta zu essen. Es trägt nicht zur optimalen Bedarfsdeckung der Mikro- und Makronährstoffe bei. Gibt es eine Möglichkeit, die Ernährung von älteren Erwachsenen anzupassen? Ja, mithilfe der Baum-Methode. Diese setzt sich aus den Wörtern Beobachten, Analysieren, Umsetzen und Motivieren zusammen. Es hilft, die Gewohnheiten zu evaluieren und diese gegebenenfalls zu ändern. Erinnern wir uns zurück an das Beispiel mit der älteren Dame und dem Polenta-Problem. Das B in Baum steht für Beobachten. Wie wir bereits erkennen konnten, ernährt sich die Frau sehr einseitig. Das A steht für Analysieren. Die Frau ist alleinstehend und es ist ihr nicht mehr möglich, regelmäßig frisch zu kochen. Außerdem fehlt es ihr an Motivation. U steht für Umsetzen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten Familienangehörige für die Dame kochen. Oder sie bildet Kochgemeinschaften und kocht mit Angehörigen oder Freunden. Eine weitere Möglichkeit wäre es, eine Gemeinschaftsverpflegung in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit sollte jedoch als letzter Ausweg gewählt werden. Das M steht für Motivieren. Hier ist es wichtig, dass die Familie der Dame gut zuspricht und in allen Belangen unterstützt. Wir haben nun einen großen Input zum Thema Kalzium und Eiweiß von Ihnen erhalten dürfen. Wir bedanken uns für Ihre Anregungen und natürlich für Ihre Zeit. Ich bedanke mich für die Einladung und möchte noch einen Schlussgedanken mit auf den Weg geben. Eine Kalzium- bzw. proteinreiche Ernährung kann helfen, den Abbau von Muskelmasse bzw. dem Skelett zu verringern. Die Bedürfnisse von älteren Erwachsenen sollten jedoch berücksichtigt werden. Die Bedürfnisse von älteren Erwachsenen Die Bedürfnisse von älteren Erwachsenen